liebe freunde weiter geht's der is gone und wir werden jetzt in limbrusa anfunden dass da frei ist weil wir haben ja das gebiet gesäubert die horde jetzt können wir die da durchkommen ich glaube ihr könnt euch noch erinnern haben wir ja ein bisschen unterordnung angestellt angerichtet beziehungsweise was ist denn was ist denn abt da haut er oder was ich glaube das sieht ihm nicht hinter dem baum ich habe es ja versteckt da schaut er nach ich habe mir da eine was ist denn oje also wahrscheinlich in norway der ne oh sie kommen schon wunderbar schaut ja geil aus der elfer wäre das geschenk von ricky ich kann zwar kein bike fahren aber ich schalte wie der teufel das sollte reichen ok was jetzt kreosort ich fucke dich an wenn ich fertig bin wozu helle kriegen wir 400 liter kreosort her das willst du nicht wissen kreosort achso das ist der dünger ne glaube ich wahrscheinlich ne 41% nur ok ironbike platsch da sind wir sowieso schon voll rennen gegen die zeit 33% fortfahren hätten wir uns aber wenn wir schon da sind eigentlich kurz einmal umschauen ne hopperl steht draußen da haben wir was zum auftanken ich muss mit dir reden ja ricky was ist los miliz was wo schon wieder busa glaubt sie planen einen weiteren angriff und ich soll dich bitten mal nachzusehen gottverdammte miliz ja ich mach das gott sei dank ich sag's busa ricky ende na gut macht's das ich muss mich da jetzt kurz einmal umschauen leute ich kann nicht brauchen ja wir können das alles brauchen aha so da geht schon wieder so eine von unserer freindin an hört's das wick ist cope bist du da copeland ja ja ich höre ich komm vorbei wenn's passt ok sind schon ein ende die habe ich natürlich nicht am leben lassen glaube ich ist logisch mehr nicht dass die uns wieder was vorsingt und dann das können wir nicht aufnehmen da werden wir vielleicht schauen dass wir dann auch was herstellen oh da ist ja richtig viel ja oh ja so weil wir brauchen jede menge von diesen schönen alles aber ich glaube da haben wir nur einen ne so ein paar haben wir noch fast das heißt da haben wir jetzt ein bisschen was hergestellt kerosin fehlt uns stellen wir alles her ein bisschen was haben wir da schöne annäherungsbombe stellen wir her kann man nicht mehr schießpulver brauchen wir zack 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 können wir nicht wunderbar da können wir nämlich wieder jede menge aufheben spritz spritz ja richtig lieber ticken da steht unser bike weil wir heben jetzt noch ein bisschen auf leute denn matz kann man nicht zu viel haben oh ja wenn man es nicht mehr aufheben kann dann ist es zu viel da haben wir schon lange kein zombie mehr in einen kofferraum gehabt gell oh eine bottle schauen wir es da hinten auch noch um für den dünger hätten wir da aber eh nicht wenig eigentlich so kann man gar nicht aufheben na gut dann lassen wir es bammeln ok wenn ihr seid wollen dann nicht ne also was ok das brauchen wir nicht schrott flascherl wir heben alles auf wir lassen nichts liegen wir sind keine verschwender lose da werden wir auch dann aufschauen zuerst nehmen wir natürlich da unten einmal alles mit weil ich kenne mich ja ich denke dann wieder nimmer drauf oh ja wunderschön kerosin brauchen wir auch nägel sowieso wollen wir mal da raufhupfen schauen wir vielleicht können wir uns ja da jetzt noch na schießpulver ei 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 na schießpulver brauchen wir radpicken das brauchst du jetzt nicht halten hupft eigentlich eh so elegant immer drüber aber geräusche macht er dabei aus der da weiß ich nicht gewichtestämmen die eben schwer sind so da ist der shooter das haben wir uns durchgeschaut wunderschön ähm müssen wir tanken schauen wir mal 39% nein ist ja wurscht tanken wir ein bisschen auf na genau die 11% gehen uns dann ab und dann ärgern wir sie wieder ups aber schaut doch schon nett aus unser bike oder braucht man sie schon immer genieren am anfang das mopperl das war ja also 99% ich habe gelesen 89% ähm ja was läuft da herum ein lux ich hoffe der gibt dann frieden ja wo geht's bumm was ist da alles ja das camp aus finde ich da haben wir ja alles mögliche zu machen ein weiterer milizangriff dann würde ich sagen was war denn wir haben was markiert das war interessant interessant natürlich was schaut mal F hopfen wir mal upsala F sage ok so hopfen wir mal aufs mopperl ja tut mir leid weil du hättest uns nichts angreifen das tut mir natürlich außerordentlich leid das wird's brauchen ja sehr richtig so speicheln und rauf aufs mopperl so aha ok sagt gar nicht genau wo wir hin müssen sondern einfach nur dort so an sachen zum erledigen dann würde ich sagen wenn wir da herhupfen jetzt da oben springen dass wir ein bisschen geschwinder sind aber ja da bringen wir ein bisschen mehr zusammen in der Folge schaut ihr nicht guter was solltet ihr eigentlich da sollten ja keine Schnedeln gesp... aha hier draußen leben nur Mörder und Drifter und Plünderer na 16 fällt denn da was hat er gemeint er geht den Weg ach schau da ist auch noch zum Befreien oh war nix drin schau da gleich oh scheiße jemand sitzt in der Falle ich muss helfen Ah, da seh ich der Große, na schau. Ist ja wunderschön. Uh, das war knapp. Der Konzentrationsmodus oder diese Bullet Time, die ist ja Gold wert. Und ich nutze die auch ganz frech aus, weil dafür ist sie ja da. Da brauchen wir leider eine schauen, wir sind ja voll, haben wir gesagt. Und dann werden schon befeiert, die zwei. Unsinniger ist... Hilfe, 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 Hilfe. Ja, ich seh euch doch eh. Ja, 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 ja. Warte, halt durch, ich komme. Du wirst hier draußen sterben. Ich weiß, wo ein Camp ist, wo es sicher ist. Wo, wo, ich gehe, ich gehe hin. Wo schickt man den hin, den... Hmm, ich war leckert, wo man den hin schicken könnten. Kriegen wir den mal zum Copeland, aber Iron Mike war da eigentlich näher, ne? Geh. Iron Mike, alles gut. Na bitte, bitte. Na, alles gut. Medikid-Inventar voll, na schau. Heldenhaft haben wir da wieder jemanden gerettet. Drück zum Wopperl und es geht schon wieder weiter. Ähm, ja. Das wäre natürlich gut, der kleine Sackgasserlob biegen. Die 10. Ein Denkstum fahren. Was ist? Mach mal so. Aha, was ist das? War ich is? Was ist da? Ja, sag einmal Schauen wir da Binde die Horde Na, Horde mache ich jetzt noch keine Horden werden wir natürlich uns alle mal vornehmen, Leute Das ist ganz klar Ich meine, ich weiß zwar nicht, wo wir dann die ganzen Matze herkriegen Für die 400.000 Cocktails, die wir dann brauchen Und Granaten und weiß nicht was Aber wir werden das auf alle Fälle tun Jetzt werden wir ein bisschen querfeldein einmal fahren Und mal ein kleines Abkürzer Yeah Da fang ich das Schneiberl an, auch nicht schlecht Oh Dann schau ich da auch kurz hinein Vielleicht gibt es ja da was Nettes Ja, schaut, da haben wir schon was Ähm Oh, und Schießpulver Also das hat sich ja richtig ausgezahlt Zünder Da ist sonst nix Da ist hinterm Haus Das ist was, da hupfen wir natürlich auch schnell hin Schachtel mit Nägeln, die brauchen wir für die Annäherungsbomben Unter anderem Was haben wir da schönes Wiederanzünder Wunderbar Einen Lappen 58 Meter, schauen wir mal Ja, sehr richtig Ich muss vorsichtig sein Was denn da wer weg wird, der wiescht, ha? Ja, los, dann wollen wir mal So, dann hören wir, wir haben schon mal Hier runtergepulzt, so Wo ist der? So, aber jetzt wollen wir mal von der Seite kommen Leider haben wir da nicht so viel Schuss für die Waffen Das ist der einzige auch der Aber sonst ist die super geil Die tät ich mir ja kein kaufen, dass mir gehört, aber Da ist er Noch einer Will noch wer? Will noch einer? Wer hat noch nicht? Ha 30 Prozent, ne? Aha So, jetzt werden wir uns da natürlich Oh, Moni Acht Stück, immerhin Elf Stück Danke sehr Laten wir gleich mal nach Dass wir da nicht unnötig Verschwenderisch Irgendeine Munition liegen lassen Das wäre ja ein bisschen schade Drum, ne? So viel Moni kriegt man da auch nicht Lappeninventar voll Ja, hast du aber Lappen um Dann hast du nur Lappen eingesteckt Achtel mit Nägeln Das ist wunderschön Jetzt werden wir da mal beim Fenster reinhupfen Dicken Hupf rein Mach nicht immer eine Rolle Bitte Wenn ich hupfen will Also gut Radio Wecker Den haben wir was zum umbasteln So Wow, geil Das ist ja spitzenmäßig Also kriegen wir eh schön was zusammen Da ist wieder ein Flascherl So An Molli können wir herstellen, schau Ach so, blöd sein, das ist Da, da haben wir Zack Jetzt fehlt uns Kerosin und Styropor Flaschen hätten wir genug Na gut Aber dafür können wir wieder einen Lappen nehmen Na schon Ah was schönes Und noch eine Flascherl Sehr gut Wiederschauen Hab noch geschaut Da sind wir ja eigentlich ziemlich voll Söten wir trotzdem mal reinhupfen Das ist ja wurscht Schauen wir mal reinhupfen Wie viel kriegen wir Hä, 95 Na das ist ja Würde ich jetzt einmal frech behaupten Das war gar nicht so schlecht Schießpulver Kerosin Ne, das ist ja Ein Lootparadies Für alle lootgeilen Leute Ist das da ja traumhaft Oh, da Den Schneiberl ist auch schon ein bisschen zu Lappen wahrscheinlich Na ja, schon Woher ich das noch weiß So, was schauen wir da aus 95% Das brauchen wir nicht richten Und was auch geil ist Dass halt einfach alles dann so zuschneiberl Na Und nicht, ja Es ist schneipt Aber das war's So Weicheln 148 Schuss Zack Hop Owe, 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 owe Kommt da jetzt noch einer Der war wahrscheinlich deswegen gut Weil er noch nicht heulen konnte Schauen wir mal, ob ich es verschrien habe Sehr Spezialität von mir So, rauf aufs Mobbaddle Und gleich zum nächsten Aha Das ist alles Das sind alles Horden Wo sollten wir jetzt hingehen Wo will er hin Was will er da Okay, der Copeland kann man jetzt einmal ein bisschen fischig augeln Na, jetzt werden wir das einmal da hergehen Mal ein Milizangriff Wenn wir uns ausschauen Zum Copeland schauen wir natürlich dann auch Keine Bange Also ich bin ein RK-Unmenschen Und da Sachen ja wieder respawnen Eine Karte Was ist das? Eine Schwermauer Aha Achso Karte deswegen für Beutern abgeben Das ist ja bei den Händlern so ein Kartensymbol Na, da ist aber nicht viel Schwammerl, nehmen wir mit natürlich Das braucht er drinnen So Das war's Ja, nicht viel Könnt'n der Plastikbecher an sein? Na 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 Nöte das Strach Aber da Nichts zu berichten. Nichts passiert, schreckt's euch nicht auf. Zack, 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 zack. Das ist richtig. Was? Naja, sonst kannst du euch haben, das blöde Gefühl. Es wird gleich noch blöder, das Gefühl. Was zum Teufel? Was zur Hölle? Na los! Na los, ihr Wichser! Na los, wollen wir mal. Na? Alter, die Wumme ist bombig. 95% für diese schöne leibende Arbeit. Wie schnell oder toll hätt ich das noch machen sollen? Jetzt muss ich mich ein bisschen selbst lassen. Ich weiß es stinkt fürchterlich, aber ich finde das war ja nicht so schlecht. Sogar halbwegs trafen ohne 25 Meter neben schießen. Nachgeladen habe ich, jawohl. Wunderschön. Oh, was haben wir da Schönes? Servus, grüß dich. Lappeninventar voll. Da pflücken wir uns gleich zwei Bärentrauben, ne? So, Kerosin. Sengsen. Das ist einmal äußerst gut. Na, was kriege ich das auch? Oder steht das noch? Na. Gut. Eigentlich eine super geile Gegend, ne? Ich meine, jetzt ist eh wieder schön, wenn die Idioten hier sind. Aber... Idiotas. So. Eigentlich bei dem Gebiet solltet ihr irgendwas durch ein paar Becher geben, ne? Kannst du halt deinen Bundschadl trinken. Hö, das haben wir noch gar nicht angekriegt. Hm. Das wusste ich noch nicht. Beryl Lake. Das Mondland. Schaut eh grad so aus, weil es zugeschneibt ist. Noch ein Bärentrauberl. Schießpulver. Wunderschön. Das heißt, wir können uns dann wieder... Zack. Was können wir jetzt herstellen? Eine andere Jungsmine. Bombe. Sorry. Die können wir... Ups. Die können wir leider noch nicht benutzen. So. Und dann. Die haben ja nichts, ne? Genau. Ja. Die wollen schon wieder, dass wir zu... Nein, wir gehen nicht zum Copeland. Bitte. Gebt's einem Fragen. Jetzt machen wir zuerst einmal das und dann... Da muss ich mir eventuell dazu überreden, dass wir beim Copeland vorbeischauen. Der Lenkwinkel ist auch nicht der engste. Der Lenkwinkel ist auch nicht der engste. Wie ist denn, bist du ver aik Garcia? Ich hab ihn mal ausgestellt, vor lauter Feid. Na, jetzt haben wir das richtige Profil wieder, der Vision, so. So, jawohl. Nägel. Oh, da gibt es viel zum Looten, oh, Schießbülle, Schießebülle. Können wir uns ein bisschen hinsetzen, Schlagzeugspin, darauf hätte ich richtig Lust jetzt, oh. Aber, Leute, es tut mir äußerst leid, also ganz ehrlich, da liegen so viele Becher, wieso sind das Kanisteroporbecher? Das ist wahrscheinlich das Freiste, dass man sich ärgert. Zünder. Erstmal zünder. Kennt ja jeder. Aber, dass da keiner im Haus ist. Ja, wer hat das nicht in der Küche liegen, ein Zünder? Ganz normal. Am besten nehm'n Herd. Ah. Schaut euch was an, was ist das Schönes? Adam Finch Stout. Stout. Tourismus. Sammelobjekt. Starkbier. Oh. Das sind die lauernden Bier, wo du zwar trinkst und dann schon leicht fröhlich wirst, ja. Schauen wir mal hinauf. Da hat er jetzt gewurgelt. Jetzt ist das. Lauf der andere da rum. Oder was? Styroporbecher. Wer sagt's denn? Wer sagt's denn? Styroporbecher. Da werden wir dann aufs Dachl hupfen, glaub ich. Das ist vielleicht gar nicht so eine blöde Idee. Na. Ticken. Bin aber gespannt, was da drin ist, dass wir das extra aufknacken müssen. Oder da ist ein Zombie. Das kann natürlich auch sein. So ein kleiner Asch. Oder nicht. Ähm. Achso. Da ist ja. Die Sonne hat auch noch aufgetragen. Na gut. Na nicht viel drin. Hätte mir gedacht, da wird's jetzt irgendwas tolles geben. Habe ich mir aber nur gedacht. So. Was haben wir gesagt? Wo war das aufs Dachl hupfen? Da, gell? Ja. 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 Wer kann's das so? Wer ist das? Also entweder ich bin blind oder. Da, ein großer. Da. Ja. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Schaut euch mal, wie lustig das jetzt ist. Schaut euch mal an. Schauen wir ihnen ein bisschen zu. Die sind nicht leihwann, schaut euch ihnen zu. Na du was, sonst bist du ja auch so wild. Jawohl, Wahnsinn, das flippt ja komplett aus. Ob ich dir da so Probleme haben, kommt der zu mir. Aber der zuckt noch immer aus, oder? Wird schon ein bisschen, aber oi, der den Großen nimmt und der wirkt einen. Ha, 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 ha. Ja, herrlich. Ich weiß nicht. Leute, das müssen wir uns jetzt ein bisschen anschauen. Das ist, finde ich, äußerst geil. Ehrlich. Na komm. Ich bin gespannt, ob der alle umbringt. umbringt. Oder ob der jetzt irgendwann stirbt einmal... Huff! Jawohl! Hilf mir ein bisserl! Vielleicht sind ja eh nicht so unsympathisch, ne? Was schießt der eigentlich nicht? Oh, da kommen ja noch welche, schaut... Ja, macht's ein bisschen einen Wirbel, lacht's vielleicht der Horde an, das war dann mal eine Idee, ne? Ja, da kommen ja eh schon ein paar. Der große Hina, gell? Ja, ist ein Aferlund, das war eine gute Idee von euch. Jetzt hast du mich! Jetzt hab ich dich! Na los, dann wollen wir mal! Ihr seid dumme, ihr macht selbst viel Webel, ne? Müssen wir mit dir von nicht Gau-Shot sein, weil er ist da... Nein! Nein! Gottam, stopp ihn! Was? Jawohl, schau, gefällt sich schon! Bleib schon, nur für uns, schau! Rückziehn! Rückzug! Bill! Ich muss in Deckung! Runter! Mach! Ich kann dich holen! Kannst du mich holen? Verdammte Miliz! Nein, los! Oder nicht, ne? Corporal Saint! Sehr richtig! Das war das letzte, was du gesagt hast. Corporal Saint John. John ist sich nicht mehr ausgegangen, das war äußerst leid. Da ist auch schon das Schweinerl. Das war der letzte! Neu... Hundert Prozent! So schaut's aus, meine Damen und Herren. Nein! Boblins Camp wurde angegriffen. Ja, Leute, ich mach das doch gleich. Jetzt ist einmal das wichtiger für meine Freunde, ne? So! Ui! Drei Fertigkeitspunkte, wann haben wir die gekriegt? Leute, ich glaub, wir können uns da so richtig auf Hardcore irgendwie, ähm, auskillen, ne? Wenn man da so dermaßen viel kriegt. So, dann nehmen wir gleich mal das. So, jetzt sind wir mal ein bisschen unter Druck gemeistert. Ja, wissen wir eh. Unter Konzentration dauert das nachgeladen. Da verbrauchen wir keine Dingsbums. Was für das war das eines Konzentrationscocktails? Könnten wir auch mal machen. Aber okay! Was soll da gehen? So, haben wir gemeistert. Ja, haben wir... Wissen wir schon. So! Überleben! Gesundheitscocktails ist sicher auch nicht schlecht. Ältere Mengen an Fleisch, die du von denen gewinnst. Macht mich jetzt nicht nervös. Irgendwie, äh, vielleicht eher das. Ist, glaub ich, nicht blöd. Und dann schauen wir noch da mal bei Nahkampf her. Was ist... Stiefelmesser kommen wir so richtig einen doppelten Schaden an. Auch nicht schlecht. Die Wegerschwäche... Ja. Obwohl, das ist sicher witzig, ja. Interessiert mich nicht wirklich, die schnelles All zu erholen, wenn du niedergeschlagen wurdest. Aha. Ist, glaub ich, auch nicht schlecht, ne? Weißt du was? Das werden wir nehmen. So. Blitz! Schneller Reflexe gemeistert! Sehr richtig wegzurollen. Wissen wir, wie man sich wegrollt. Hey, Ricky. Ist erledigt. Gott sei Dank. Okay, ich sag's, Busa. Ricky Ende. Und? Meins. Was haben wir denn da? War aber geil, oder? Also, ich muss ehrlich sagen, das war, finde ich, gar nicht so... Zawida. Aber das geilste war ja mit draußen. Also, das war ja das Beste. Das ist einmal ein stimmiges Bild. Weißt du, was wir da machen? Ja, das glaub ich. Patsch! Ich hoffe, ich kann da gescheit weit weg. Ah, das war jetzt ein bisschen dumm, was ich gemacht hab, weil ich wollte bestätigen. Wir machen es so und werden so den Screeny machen. Ich hab da Regen auch dazu, ne? Das schaut ja genau alles. Leider kommen wir nicht weg, leider. Gut. Passt schon so. Gefällt mir. Zack. Jetzt werden wir natürlich looten, Leute. Das ist auch logisch. Da gibt's auch... Oh, da werden wir nicht... Ich hoffe, wir kommen da ins Haus hinein. Bänder, da gibt's ja einiges. Okay, da ist nix. Okay. Ah, von oben, oder? Uh. Oh, ho, ho, ho. Ja, ja, ja. Muss ja wieder zeigen, wie spurtlich das ist, ne? Ein paar Hechtrollen und so, ne? Da hat's was Tolles, wenn man Atom kugelt. Also die Muni wäre jetzt nicht angreifen, weil so viel haben wir nicht verbracht. Eine Annäherungsmine. Sehr gut. Weil die können wir ja nicht herstellen. Da brauchst du es nicht in der Hand halten. Steck das in den Rucksack. Das reicht. Jetzt haben wir da schönes. Flasche. Immer gut. Und ein Döschen. Wo geht's da rein? Bin schon wieder blind, gell? Oder sind wir unten? Nein. Und da ist auch der Daumen. Da kommt man auch nicht raus, also nur von oben kommt man raus, na gut. Machen wir das. Zack. Ah, das waren die. Gut, die können wir ja nicht. Aber kühlt sich nicht und macht irgendwas bei meinem Opal, ich sag's euch. Na? Was ist denn? Achso, deswegen sind sie so nervös. und äh. Ja. Wird jetzt im Moment ziemlich wurscht. Wir fahren zum Co-Blend. Da düsen wir zumindest noch hin. Ja? Ja. Wer ist denn? Ja, was stimmig. Tutte aber... Na sowas Na das ist so früh Die sind da Das haben sie eh schon wieder nicht mehr ausgehend Da waren wir doch mit der Rikki Da hab ich noch ein bisschen Schiss Die werden wir auch noch nicht machen Die werden wir uns aber sicher vornehmen Das verspreche ich 1,3 Kilometer Können wir uns aber eigentlich Können wir uns gönnen Geht es nicht Im Kampf nicht möglich Na gut Dann fahren wir halt Ist ja auch geil So fast hätten wir ihn erwischt Kommt Ja So Die will aufdanken Bitte kurz leise Ich weiß nicht Aber immerhin Vorle zu mir Schauen wir da kurz So haben wir Marz brauchen können Leute Und wir können Marz brauchen Weil damals wie wir noch nicht so weit Geskillt waren Geskillt waren Haben wir ja fast immer alles liegen lassen müssen Weil Unser Inventar dauervoll war Wer hat da so gerechelt Und aufzeigen Na das ist ja War das auch ein nagelgeschäft Oder wie Liebe Leute Nägeln in allen größen und formen Dann schauen wir halt auch gleich mal rein Nein Ist ja auch egal Mach mal nicht Ich habe wirklich Ich sehe es nicht Weil sie ein wenig gebückt gehen Aber dass ich sie trotzdem Sehe sie trotzdem Vielleicht sie nur von meinem Mopperl Ich sage es euch gleich Aber sie sich schreckt haben Ja ja da bin ich schon Ja 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 Sogenanntes Was macht er da? Da ist wahrscheinlich einer drin Da ist einer drin Das ist jetzt einer klar Ja das Ich bin dran Halt durch Hey 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 Hier draußen ist es nicht sicher Ich weiß wo ein Cam ist Ja Cam Zeig mir Wo Den schicken wir jetzt zum Idioten Ja gut Danke Achso Leider kann man den nicht weggehen Vielen Dank Mann Ich dachte das war es Danke Danke Ja der hat auch Lauter Schreien schon Seine Stimme verloren Der ist schon so hasig Dass man ihn nicht mehr hört Ne So Wunderschön Jetzt haben wir da Ruhe Wir machen eine Schnellreise Und werden Können wir uns jetzt einmal dort hinbegeben Ui wir sind schon wieder so über drüber lang unterwegs Liebe Freunde danke fürs dabei sein Wir machen ein kleines Bäuschen weil es ist schon etwas lang die Folge Danke fürs dabei sein Schönen Abend Schönen Nachmittag Oder wann auch immer ihr euch das angeschaut habt Und dabei wart Sehen wir uns morgen Bis dahin Passt auf euch auf Tschüssi und Koppa Ciao Also Dass bei euch bei mir